Simone Lugner trauert um ihren verstorbenen Ehemann. Langsam findet Richard Lugner Witwe wieder Kraft und will sich jetzt bei den Menschen bedanken. Große Anteilnahme. Richard Lugners 91, 6. Ehefrau Simone kämpft sich wieder zurück in ihren alten, neuen Alltag in der Lugner City. Dass sie jetzt wieder im Büro Stellung bezogen hat, wäre bestimmt auch Richards Wunsch gewesen, ist sich die 42-Jährige sicher. Langsam realisiert Simone Lugner auch, was am vergangenen Samstag, dem 31. August, alles passiert ist, liest die Berichte, sieht die zahlreichen Videos an, die von Richard Lugners Trauerstunde im Stephansdom gemacht wurden. Auch die öffentliche Anteilnahme lässt Simone nicht kalt. Nach nur 72 Tagen Ehe ist Simone Lugner nun Witwe. Sie lebt in der Lugner Villa in Wien-Döbling mit ihren Tieren. Das großzügige Haus gehört der Stiftung der Familie, ob sie dort wohnen bleiben kann, ist noch nicht sicher. Denn, was ihr jetzt genau zusteht und wie sie ihr Ehemann bedacht hat, das weiß Simone noch nicht. Vor der Haustüre der Villa haben Menschen Kerzen aufgestellt und Briefe hinterlassen, Das Grab vom Baumeister der Nation auf dem Grinzinger Friedhof ist übersät mit zahlreichen Kränzen, Karten und Kerzen, Fans posieren ja sogar mit dem Grabstein für Fotos. Das skurrile Verhalten der trauernden Anhänger auf dem Friedhof würde Richard Lugner wohl hoffentlich belächeln. Das alles ist auch Simone Lugner nicht entgangen, die sich jetzt bei heute meldete und sich bedanken möchte. Die Anteilnahme und oft sehr persönlichen Texte rühren mich sehr und geben mir Kraft. Ich konnte leider nicht allen antworten, aber eventuell lesen sie diese Zeilen. Danke. Sie schreibt via WhatsApp, ich möchte noch ein riesiges Danke aussprechen, bei allen, die mir Briefe, Karten oder Wortspenden via Social Media zukommen haben lassen. Und weiter, die Anteilnahme und oft sehr persönlichen Texte rühren mich sehr und geben mir Kraft. Zuletzt bittet Simone um Verständnis, ich konnte leider nicht allen antworten, aber eventuell lesen sie diese Zeilen. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020